Ah, dann können wir was anderes machen. Nice, ich suche mir jetzt noch einen coolen Filter für heute Abend raus. Können wir den dann nehmen? Oder? Babyface. Hallo! Ja, so. Okay. 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 Ich soll das einsaugen? What? Ich muss nicht spielen. Nein! Wird besser. Hallo! Sitzen geht noch länger und auch durchschlafen. Läuft so mittelmäßig, aber ich bin kurz vor Silber. Na dann. Ich hab mich schon beschwert. Ich hab hier ein Spiel gestartet. Wackelpudding und ich muss schon Kniebeugen machen. Wackelpudding mit so einem kleinen Löffel zu essen, wie ich ihn jetzt hab. Das ist einfach nicht gut. Ich hab vergessen, meinen Laptop zu starten für den Chat. Ich warst aber kein Chat. Ich hab noch ein paar Punkte, ich weiß. Ich will aber auch Sprit machen, von daher ist das vollkommen fein. Ich bin wieder. Achso, Lumi's Laptop-Bone. Kannst du gerne tun, Xeli? Aber ich hab das Gefühl, ich muss das Spiel noch ein bisschen lauter machen. Das ist das erste Spiel, was ich zu leise gedreht hab. Und so habe ich es gar nicht gedreht. Efficiency first. Gottspeed. Efficiency first. Okay. Press F to Dismantle-Mode. Ah. Dismantle-Mode. Out left mouse button. Dismantled. So, da ist irgendwo Eisen. Ah ja, das ist so rote Felsen. Das ist sogar logisch. Pure Iron Ore. Fourth Objective. Build the hub. Oh. What? Klein ist aber anders. Watt. Closing Connection. Hier, Leute. Ah, ich muss gedrückt halten. Ja. Wie ist das hier, bevor du starten? Ja, wie, wenn ich nicht in die Option rein kann, weil du hier erstmal Multiplayer-Connecting hast. Auskappen wollen wir uns im Windows-Slicer machen. Oder du hättest es einfach nicht annehmen sollen, jetzt kurz das Hauptmögliche erst gehen sollen. Congratulations. Oh, genau. Klettern. Ich weiß selber nicht genau, was wir hier spielen. Olaf, ich lass mich überraschen. Was soll mir hier eigentlich überhaupt machen? Du bist gerade in unserem Hub und wir bauen wahrscheinlich große Fabriken. Du bist auch weiblich, das ist auch Brüste. Ich hab Brüste. Titten. Kommt auch nicht ran. Ich kann mich nicht so weit nach unten lehnen, das ist sehr. Ich kann mich nicht so weit nach unten lehnen, das ist auch kacke. Da ist Felix. Jetzt geht's doch. Noch nicht. Oh, da sind Viecher, die euch, glaube ich, angreifen. Hier sind noch mehr Viecher, die euch angreifen, glaube ich. Und das nächste wäre halt hier an der Personal Storage Box. Ach ne, Equipment Workshop müssen wir machen. Ah, hier kann ich Equipment Workshop bauen. Aha. Craft Bench und Equipment Workshop. Okay. Ich brauche also Eisenplatten. Also muss ich hier Eisenplatten herstellen? Hier. Und Views. Baut du mal weiter, dann sammle ich noch ein bisschen Scheiß. Äh, cool, Equipment Workshop. Ob die Nahrung oder sowas? Ne, ich glaube nicht. Weiß nicht. Glaub nicht. So lehnen. Ich würde immer hier hin. Viele, die man nicht machen kann. Was ist denn das? Equipment Workshop gebaut. Ähm. Ja, steht aber, oder? Bin ich, oder? Equipment Workshop. So, jetzt kann ich hier ein Portable Miner bauen. Sehr schön. Craft. Und den kann man dann wohl auf die Sachen bauen. Kann be eaten to restore all the health segment. Okay. Also, stimmt. Ich habe ein halbes Health Segment Damage. Ich habe jetzt hier ein Minengerät hingestellt. Wie isst man? Mh. Mh. Indem du es wahrscheinlich in die Hand ziehst und links klickst, oder so? Ja. Okay. Ah, der Portable Miner holt sich automatisch... Smart me not. ...holt automatisch Eisen raus. Okay. Dann bekommen wir jetzt ein Haufen Eisen und so'n Scheiß. Upgrade. Blup. Blup, blup. Aus, upgrade. Wir haben vor allem jetzt auch ein Schmelzgerät bekommen, was wir bauen müssen. Oh, das sieht aber gefährlich aus. Jetzt müssen wir nochmal einen Portable Miner erstellen. Das sieht gar nicht aus. Guck mal. Ja. Oh ne. Hey. Hier geblieben, mein Freund. Guck mal. Der ist voll das Süße. Irgendvieh. Läuft nur rückwärts von mir weg. Ja, das hatte ich vorhin auch schon, ähm. Guck dir den mal an. Ich wollte mir von der Seite angucken und es dreht sich aber immer zu einem. Ey. Geht's denn auch den zu hauen? Press E to get lizard doggo. To pet, nicht to get. Ach, to pet. Den zu streicheln. Toll, du hau den mal, nicht? Ja, fegst du den gehauen. Erstmal Felix hauen. Also ich kann den nicht streicheln. Wo kann ich streicheln? Du musst die Hände leer machen. Du musst was aus den Händen das Zeug rausnehmen. Dann hab ich. Dann hab ich. Dann kannst du ihn streicheln. Warte. Ich bin ja auch streicheln. Du hast nur keine Animation dafür. Toll. Du hast nur keine Animation dafür. Vorher wo ich das gemacht habe, ist also ein ungedrehtes Weckerrand. Und der ist auch nur auf mich fixiert die ganze Zeit. Da stehen. Ist das ziemlich egal. Bleib stehen. Und aus ob du den von hinten pumpsen wollen würdest. Habe ich mir auch gerade so überlegt. Ich mach mal einen zweiten portable Miner und geh mal zur Guck. Guck mal, jetzt läuft der ganz trollig weg. Ja, jetzt ist ich wieder entspannt. Wenn ich ihn jetzt wieder, streich auch hinter weg. Na, bleib hier.